und willkommen zum neuen part hier von einem leckeren snack unboxing meine freunde ich hoffe auch ihr habt darauf bock wenn ich ein bisschen getestet wir testen heute was extrem leckeres meine freunde und ich hoffe auch ihr habt darauf bock heute ist nämlich diese leckeren lc extra adnüsse die sind sehr lecker aus finde ich meine meine also für mich sieht mir ein bisschen lecker aus ja deswegen bin ich ja auch wieder um die zu testen meine freunde jetzt einfach erstmal die leckere adnüsse hier von lc also das tut drauf extra lange geröst ich bin ja ich bin ja ich bin sehr gespannt ich bin wirklich sehr gespannt meine freunde ich bin wirklich sehr gespannt aber gut wir schauen mal ob wir es gut hinbekommen oder auch schlecht hinbekommen wir schauen mal ich bin auch sehr gespannt seite ich also wo die schmecken oder die auch überhaupt schmecken oder die auch lecker sind ich bin sehr gespannt ja ich öffne mal eine leckere packung ich öffne mal die mal nicht einfach mal so viel spaß und dann zeige ich die mal eben so meine freunde genau dann formal hier ich bin sehr gespannt und dessen bestimmt auch letztendlich mal ja die sehen ein bisschen aus wie und dann würde ich sagen überhaupt noch probiere ich meine freunde ich probiere einmal die freunde ich probiere ich mal einmal von diesen leckeren erdnüsse also gönnt ihr ja also fett auf jeden fall fett am tecker ja lecker also wäre gut echt also bis zum nächsten mal ein dankeschön für eure aufmerksamkeit meine freunde und schau schau und dankeschön an alle dafür dafür dankeschön